Erstmal ist es schön, über jemanden zu reden in dieser Branche, der länger dabei ist als ich. Das kommt selten vor. Ein perfekter Entertainer. Jemand, der alle Seiten des Entertainments nicht nur erlebt hat, sondern auch praktiziert hat. Immer schon ein unglaubliches Energiebündel auf der Bühne mit seiner Musik. Das ist ein Rock-Brollstar, mein Vater. Also ich meine, der hat viel erlebt. Wirklich viel erlebt. Peter und Conny war ja nun ein Renner, soweit ich mich erinnere. Ich kenne natürlich auch die Lieder noch, die früher waren. Er ist für mich eine Inspiration, wie man mit voller Vitalität das Leben lebt. Singt wilde Lieder, macht dazu unsittliche Bewegung und die jungen Mädchen fallen rein, weil sie in Ohnmacht. Du bist mein Schuckerschuckerdädy. Da habe ich natürlich gesagt, das ist schon faszinierend. Das hätte mir schon gefallen. Was der für eine Kraft hat, für eine Power, für eine Ausstrahlung, für ein Charisma und was für eine Disziplin. Bist du total verrückt? Jawohl, total verrückt. War Glück, meine Herren. Er ist noch immer mehr als beliebt. Wie der Titel, ist ja eine Legende. Ist einfach eine Legende.